Du bist verwundet. Keine Sorge. Du hast uns gerettet. Schon wieder. Du hattest recht. In Mordor zu bleiben ist unser Untergang. Doch ich kann nicht gehen. Milady. Dann sterben wir. Gemeinsam. Wir sind wieder zurück in Mordor. Diesmal auf einer anderen Map. Wo auch gleichzeitig die Story weiter geht. Das machen wir mal ein bisschen. Bis wir Level 33 sind. Damit wir das andere Gebiet einnehmen können. Ich mache das so, weil ich möchte unbedingt diesen Spinnentypen in meiner Crew haben. Und deswegen muss ich 33 werden, damit ich den übernehmen kann. Weil der Typ ist Level 33. Und ihn abschwächen will ich nicht. Deswegen leveln wir jetzt fleißig. Indem wir hier ein paar Story-Missionen machen. Die geben richtig gut XP. Wie hier zum Beispiel 12.000. Des Weiteren ist hier unten nochmal. Eine mit 11.000. Und ja. Dann würde ich mal sagen. Happy Leveling und so. Aber zuerst. Holen wir uns das da hinten. Wenn wir schon mal hier sind. Hier schleicht niemand. Hier rennt. Ich renne nicht. Ich schleicht nicht. Ich renne. Das ist ein Unterschied. So, da ist es. Ey. Au. Oh, da ist jemand. Ah, jetzt. Wow. Okay. Wir sind auf jeden Fall zwei Hauptmänner. Interessant. Ich nehme mich. Und dich. Wollte eigentlich was anderes machen. Aber es scheint nicht so zu funktionieren. Au. So. Da hinten beginnt die Questner denn. Und hops. So, dann befreien wir ihn mal, ne? Und wir kriegen als Belohnung Eisenwächter. Da bin ich mal gespannt. Was das für eine Händigkeit ist. Der Tod wäre diesen Menschen eine Gnade. Der Zweck dieses Lagers ist die Folter. Passiert wohl nicht in der Beige. Okay. Rette die Gondorana. Ich halte den Tag auf. Und wie? Und wo? Hier ist einer. Hier sind ein paar, ja. Äh. Hi. Ich sollte dich retten. Hey. Ja, ja. Versuche es. Versuche es. So. Darf ich dich jetzt retten? Mann, 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 Mann. Wie lange das dauert? Und die anderen zwei. Ob das ein Bonusauftrag ist? Hm, bestimmt. So, wo sind denn die nächsten? Theoretisch direkt vor mir. Ja. Einmal schön hier rinnen. Und weg mit euch. Au. So. Der ist weg. Und der. Perfekt. Oh, guck mal. Hier sind sogar drei Stück. Das ist ja wie im Paradies. Wehe nur noch drei. Ich verdanke dir mein Leben. Limm wohl, Beideufer und danke. Komm mal runter hier. Dich nehme ich auch. Äh. Hi. Ich auch. So. Sei befreit. Und zack. Und der andere ist da oben. Hier. Und dich. Drum soll ich mir auch die Hände schmutzig machen. Hehehe. So, du bist die acht. Und da drüben ist die neun. So, einmal hier schön durchschnetzeln. Und einmal reingedrücktes Schwert und runter mit dir. Mein Ort. Mein Platz. Mist. Da habe ich mich verdrückt. Na, so ein Scheiß. Egal. So, den letzten gerettet. Gut. Dann kommen wir... Ja, das habe ich. So, dann nehmen wir mal den hier. Hörst du das Hauptmann, Gondor? Sie haben was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Ein kleiner Schatz? Nein, nicht das spüren. Äh. Hähehehe. Oh. Könntest du, du willst dieses Lager auslöschen, damit du sagen kannst, du hättest etwas ausgerichtet? Hehehe. Naja. Es macht gar keinen Unterschied. Was er sah. Oh. Oh. Steht auf, Männer des Westens. Okay. Entzerrt. Oh Gott. Nö. Äh, 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 äh. Wow. Ich brauche mal kurz Energie. Schnell weg. Oh. Dich brauche ich auch noch. Hat er gerade mit jemandem geworfen? Wow. Der schmeißt Leute. Also, den will ich. Oh. Oh. Ich will ihn haben. Der ist mega stark. Au. Lass mich. Oh. 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 Wir müssen sie mal kurz helfen. Hi. Oh. Und geholfen. Hihihi. Oh. Ah, ich kann ihm Kopfschüsse geben. Das ist gut. Er zöhnt wegen Feuer? Ja, ja, ich mach schon. Wär's besser, wenn ich ihn befreie? Dass er mithelfen kann? Hehe. Ein bisschen. Au. Wow. Boah. Jetzt lass mich doch hier raus. Los. Schon wieder? Wow. Wow. Könnten wir den mal tot machen? Ja, weg mit dir. Nee. Ach, nicht den. Jetzt drück. Perfekt. Ich muss mal kurz den Typen hier holen. Ich mache mal kurz deine Energie. Vielen Dank. Wie der einfach mal richtig heftig ist. Ja, er ist gebrochen. Du bist jetzt meiner. Puh, was? Geht nicht. Warum denn? 27, wow. Du bist verwundet. Keine Sorge. Du hast uns gerettet. Schon wieder. Du hattest recht. In Mordor zu bleiben ist unser Untergang. Doch ich kann nicht gehen. Milady. Dann sterben wir gemeinsam. Mist. Ich dachte, ich könnte ihn denn wieder andingsen, aber ja. War wohl nicht der Fall. Schade. Neue Fehlertigkeit. Eiswächter. Hä? Aha. Um herbeigerufene Krieger viel stärker zu machen. Okay. Okay. Das ist nice. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Wo finden wir das? Das hier? Wo ist denn Eiswächter? Das? Wir haben Leibwächter. Und das macht herbeigerufene Krieger sind stärker. Machen wir das? Scheiß auf Leibwächter. Das hier nehmen wir. Eine schöne große Armee. Wo ist denn die nächste Aufgabe? Hier ist eine. Don't miss things. Da ist das. Hä? Könnte es sein, dass die wieder zurück gegangen sind? Na, egal. dann machen wir hier Karnas Fluch. Ja, dann porten wir uns da am besten hin. Der Ballrock erhebt sich und wir müssen ihn in die Tiefen zurückschicken. der Ballrock. Der Ballrock. Ja, aber zuerst gehen wir zurück und gucken, ob tatsächlich wir sind schon wieder da drüben. kommen. Ja, wo denn? Ja, wo denn? nicht. nicht. Ach, nee, dass die Quest erobern. Und das? Hm. Hä? Und wo geht die Quest weiter? Hm. Okay. Dann machen wir Karnas. Mal gucken. Wo müssen wir denn lang da lang? Aber ich würde schon fast sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Dann würde ich mal sagen, Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denk dran, Leute. Ich habe noch nie etwas über diese Ballrocks gehört. Kaum jemand hat überlebt, um davon zu berichten. Okay. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Kopf kloppen. Nee, auf den Tisch kloppen. Gratul. Okay. Vielen Dank.